Yay, es ist soweit! Sonntag! Ich habe so so auf diesen Tag hingefiebert und was hier gerappelt hat, das verrate ich euch gleich. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf diesen heutigen Tag, Sonntag, der 14. April 2019, 12 Uhr gefreut habe, dass dieses Video nun endlich online ist. In Kooperation mit Influently haben wir nämlich gemeinsam Monate, man glaubt es nicht, wirklich Monate auf diesen heutigen Tag hingearbeitet. Es gibt nämlich was Neues in meinem Shop. Ja, es ist nur in meinem Shop. Aber es gibt was ganz Neues und ihr haltet euch fest, ihr werdet umfallen. Es sind nämlich Zuckerstreusel. Ja, es sind nur Zuckerstreusel, wird der ein oder andere jetzt sagen. Es ist eine Streuselbox. Es ist eine besondere Streuselbox. Ja, es sind nur Zuckerstreusel. Aber in einem Verkaufssystem, wir haben recherchiert in einem Verkaufssystem, so wie wir es nämlich noch nicht gefunden haben. Ganz aktuell sind ja Streuselmixe, Streuselboxen und in meinem Shop könnt ihr euch eure Streuselboxen ganz individuell, so wie ihr sie benötigt, so wie sie euch gefällt, zusammenstellen. Und das ist nämlich das Besondere, das ist nämlich was ganz Besonderes, so wie wir es nämlich noch nicht gefunden haben. Das heißt, ihr bekommt eine Box mit zehn Fächern und zu dieser Box könnt ihr euch ganz individuell eure Zuckerstreusel raussuchen. Und haltet euch fest, ihr könnt raussuchen aus über 80 verschiedenen Zuckerperlen, Zuckerstreusel, Zuckermixe. Also ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten, euch eure Box ganz individuell, so wie euch sie gefällt, so wie ihr sie benötigt, zusammenzustellen. Das ist das Besondere. Die liebe Kuchenfee, meine Freundin und YouTube-Kollegin, die liebe Lisa, durfte sich vorab schon ihre Lieblingsmischung aussuchen. Und was sie sich ausgesucht hat, das zeigt sie euch in ihrem Unboxing. Ich bin auf Nicols Kanal zu sehen, unglaublich. Ich glaube, das ist das erste Video in Nicols Video, von daher freue ich mich mega, aber natürlich freue ich mich auch mega, mein Paket hier auszupacken. Das wartet schon seit ein paar Tagen und wir machen das jetzt zusammen auf. Ich will euch nämlich meine Streuselbox, meine Streuselmischung zeigen und euch kurz erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Also einmal aufmachen. Und füllen die hier rein. Ui, schön. Ich freue mich so sehr für meine Kollegin, für meine Freundin, einfach, dass sie so was Schönes hier jetzt an den Start bringt. Also noch leer, aber mit schönem Logo. Ich packe meine ganzen schönen Streusel hier einmal kurz rein, zeige euch dann, wie meine Box aussieht und erkläre euch eben, was ich mir dabei gedacht habe. So, jetzt erkläre ich euch einmal, warum ich mich gerade für diese hier entschieden habe. Die beiden Streuselmischungen hier, die sind für mich für ganz viele Anlässe immer optimal, ob es eine Hochzeit ist oder eine Taufe oder ein Mädelsgeburtstag, Junggeburtstag, die sind immer super praktisch für mich zu haben. Bei diesen runden Kugeln hier in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben, gerade für blumige Deko oder sowas, immer optimal. Ich habe keinen einzigen schwarzen Streusel, deswegen trifft sich das hier fantastisch, dass ich das bei Nicole gefunden habe. Das heißt, die sind eigentlich alle für Tortendeko oder halt auch modellierte Blumen, immer mega gut zu haben. Und hier bei diesen Stiften, Spaghetti, ich weiß nicht, wie die heißen, empfinde ich das genauso. Das heißt, hier kann ich richtige, separate, extra Deko mitmachen, die ich sonst eventuell nicht ganz umsetzen könnte. Die wünsche ich mir oder die habe ich mir schon ganz lange gewünscht und dafür sind die beiden langen hier gut. Aber das ist meine nicht ultra aufregende, aber sehr hilfreich und sehr nützliche Mischung. Ja, ich habe hier die Lieblingsmischung von Lisa hier vor mir und wem diese Box gefallen hat, ihr müsst sie euch jetzt nicht mühselig in meinem Shop zusammensuchen. Sie gibt es nämlich schon zu kaufen als Lieblingsmischung von Kuchenfee Lisa in limitierter Edition. Also schaut auf jeden Fall in meinem Shop vorbei. Egal, ob ihr euch Lisas Lieblingsmischung kauft oder ob ihr euch eure Box ganz individuell selber zusammenstellt, ihr gelangt zu meinem Shop, indem ihr jetzt hier oben auf die Infocard klickt, da verlinke ich euch meine neuen Zuckerstreusel, mein neues Shop-System, der Zuckerstreusel nun hinein. Geliefert bekommt ihr eine leere Box, das habt ihr ja auch so jetzt in Lisas Video gesehen und abgepackt zehn Päckchen, zehn kleine Päckchen, die ihr euch dann zu Hause in eure Box hineinfüllt oder ihr könnt natürlich auch eine Zuckerstreusel-Mischung machen. Das bleibt euch natürlich selbst überlassen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin jetzt mal auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Vor allem bin ich mal auf eure Kombinationen gespannt, wie ihr eure eigenen Boxen zusammenstellt. Ich zeige euch jetzt, bevor ich mich verabschiede, noch ein paar Inspirationen für Boxen, so wie ich sie mir zusammengestellt habe. So, mein Sonntag ist gerettet. Ihr glaubt mir wirklich gar nicht, wie sehr ich mich auf den heutigen Tag gefreut habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Sonntag. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen. Ihr findet auch noch mal den Link zu den Boxen und auch zu Lisas Box hier unter dem Video in der Infobox. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst nicht, morgen einzuschalten. Morgen um 16 Uhr geht nämlich mein neues Torten Video online. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns jetzt gleich im Shop spätestens morgen zu meinem neuen Video. Macht's gut! Tschüss! Tschüss! Tschüss!